Endlich ist es soweit, wir machen eine Karriere-Simulation von Cristiano Ronaldo in FIFA 23. Wir beschäftigen uns heute, wie würde seine Karriere aussehen, wenn er einen etwas anderen Weg einschlagen würde. Dafür spielt er wieder bei seinem Jugendclub Sporting und hier im Hintergrund seht ihr noch das Team. Im ersten Jahr sind die Favoriten auf dem Ballon d'Or Karim Benzema, Kylian Mbappé, Erling Haaland und Lionel Messi. Und Erling Haaland konnte seinen ersten Ballon d'Or Titel gewinnen. Im Hintergrund sehen wir dann noch das Team des Jahres natürlich mit Haaland und vielen Manchester City und Real Madrid Spielern und natürlich aber auch ein Bayern-Spieler und zwar Kimmich. Am Ende der Saison hat es Sporting geschafft, auf dem dritten Platz zu landen. An Porto war diesmal kein Vorbeikommen, die mit einem guten Vorsprung erster Platz wurden. Im Pokal war schon früh Schluss für Sporting Lissabon und zwar im 8. Finale und am Ende konnte Porto den Pokal gewinnen. Nachdem man die Gruppenphase der Champions League überstehen konnte und auch im 8. Finale Bayern München sogar rausschmeißen konnte, ist Sporting leider im 4. Finale relativ deutlich gegen Barcelona gescheitert, die dann auch umso deutlicher am Ende auch das Finale gegen Inter Mailand gewinnen konnten. Cristiano Ronaldo konnte sich in dieser Saison leider nicht durchsetzen bei Sporting. Er hat nur 5 Einsätze bekommen, immerhin ein Tor ist ihm gelungen und er ist hoch auf eine 80. An dieser Stelle lasst gerne ein Abo da, um weitere Spieler-Klären nicht mehr zu verpassen und in Zukunft mitzubestimmen, welchen Spieler wir als nächstes machen. Und da Cristiano Ronaldo sich nicht durchsetzen konnte bei Sporting Lissabon, erwägt er einen Wechsel und zwar in die Französische Liga zu Olympique Marseille. Hier im Hintergrund sehen wir dann noch das Team von Olympique Marseille, sehr offensiv, aber mal sehen, was damit möglich ist. Die Favoriten auf dem Ballon d'Or im 2. Jahr sind Sadio Mane, Kylian Mbappé, Kai Havertz und Vinicius Junior. Und am Ende konnte Kylian Mbappé seinen ersten Ballon d'Or-Titel gewinnen. Hier im Hintergrund sehen wir dann noch das Team des Jahres natürlich mit Mbappé, aber auch vielen Real Madrid-Spielern, Paris-Spielern und Kimmich wieder. Olympique Marseille ist leider am Ende nur auf dem 3. Platz gelandet, auch wenn es nur ein ganz knapper Unterschied zum 2. Platz war. Und an Paris Saint-Germain war absolut kein Vorbeikommen mit 100 Punkten. Dafür konnte Olympique Marseille ihr Können im Pokal beweisen. Und zwar konnten sie da im Finale gegen Nord 2-1 gewinnen. In der Champions League konnte Olympique Marseille sich leider nicht durchsetzen. In der Hammergruppe mit Inter Mailand und Leipzig, dort hieß am Ende 3. Platz, immerhin noch für die Europa League qualifiziert. Und am Ende konnte Barcelona die Champions League gewinnen. In der Europa League war für Marseille dann auch im 8. Finale schon Schluss gegen Arsenal, die schlussendlich dann sogar auch die Europa League gewonnen haben. Ronaldo konnte in dieser Saison absolut abliefern und zwar 25 Tore und 3 Torvorlagen sind ihm gelungen und er ist hoch auf eine 84. Und Cristiano Ronaldo ist bereit für den nächsten Schritt seiner Karriere und zwar wechselt er für die 3. Saison zu Leverkusen. Hier im Hintergrund sehen wir dann noch das Team von Leverkusen und das ist, muss man sagen, wirklich krass. Die Favoriten auf dem Ballon d'Or im 3. Jahr sind Kylian Mbappé, Phil Foden, Christoph Nkunku und Erling Haaland. Und Erling Haaland konnte seinen 2. Ballon d'Or-Titel gewinnen. Hier im Hintergrund sehen wir dann natürlich noch das Team des Jahres, Haaland mit dabei, aber auch viele Spieler von Manchester City und auch Barcelona. Leverkusen hat es geschafft, am Ende der Saison auf dem 2. Platz zu landen. An Bayern war leider kein Vorbeikommen, aber es ist trotzdem eine starke Leistung. Erfolgreicher war Leverkusen im DFB-Pokal und zwar konnten sie dort Dortmund mit 1 zu 0 besiegen und den Pokal für sich entscheiden. In der Champions League war leider im 4. Finale knapp Schluss gegen Barcelona und am Ende konnte Paris Saint-Germain für sich das Finale entscheiden. Cristiano Ronaldo konnte auch in seiner ersten Bundesliga-Saison überzeugen und zwar mit 20 Toren und 5 Torverlagen und er ist hoch auf eine 88. Und selbstverständlich bleibt Cristiano Ronaldo auch noch für die nächste Saison bei Leverkusen. Hier im Hintergrund sehen wir dann noch das Team von Leverkusen, an dem sich nicht wirklich was verändert hat, nur dass die Spieler etwas besser wurden. Die Favoriten auf dem Ballon d'Or im 4. Jahr sind Lautaro Martinez, Vinicius Junior, Diogo Jota und Kylian Mbappé. Und Kylian Mbappé konnte seinen 2. Ballon d'Or-Titel gewinnen. Hier im Hintergrund sehen wir dann noch das Team des Jahres, unter anderem mit Kylian Mbappé und vielen weiteren Paris-Spielern, Realspielern und auch Bayern-Spielern. In der Bundesliga hat es für Leverkusen wieder einmal nur für den 2. Platz leider gereicht, denn an Bayern war ebenfalls kein Vorbeikommen wie in der Vorsaison. Im DFB-Pokal war diesmal im Halbfinale Schluss und zwar gegen Bochum kurz vor dem Finale ausgeschieden und Bochum hat dann aber im Finale verloren gegen Wolfsburg, die dann für sich den DFB-Pokal gewonnen haben. In der Champions League ist man schon früh ausgeschieden und zwar im 8. Finale gegen AC Mailand und Real Madrid konnte am Ende die Champions League gewinnen. Cristiano Ronaldo hat schon wieder eine richtig gute Saison gespielt, 25 Tore und 11 Torverlagen sind ihm gelungen und er ist hoch auf eine 90. An dieser Stelle lasst gerne ein Abo da, um weitere Spieler-Klären nicht mehr zu verpassen und in Zukunft mitzubestimmen, welchen Spieler wir als nächstes machen. Und auch für die 5. Saison bleibt Cristiano Ronaldo weiterhin bei Leverkusen und zwar hat er noch Hoffnung, mit der Mannschaft einige Titel zu holen. Hier im Hintergrund sehen wir dann noch das Team von Leverkusen, Cristiano Ronaldo fällt momentan leider wegen einem Muskelfaserriss aus. Die Favoriten auf dem Ballon d'Or in der 5. Saison sind Ferran Torres, Anthony, Henry und Vinicius Junior. Und am Ende konnte Vinicius Junior den Ballon d'Or gewinnen. Hier im Hintergrund sehen wir dann noch das Team des Jahres, dort sind aber hauptsächlich Barcelona-Spieler und vorne drin Vinicius Junior natürlich mit dem Jugendspieler von Liverpool. Am Ende der Saison hat es Leverkusen geschafft, auf dem 1. Platz zu landen und damit sich die Meisterschaft zu sichern. Und auch im DFB-Pokal war man erfolgreich, dort konnte man im Elfmeter schießen gegen Stuttgart gewinnen und den DFB-Pokal gewinnen. In der Champions League war leider schon im 8. Finale Widerschluss und zwar diesmal gegen Atletico Madrid und am Ende konnte der Stadtrivale Real Madrid die Champions League gewinnen. Cristiano Ronaldo konnte wieder eine solide Saison spielen, 19 Tore und 7 Torvorlagen sind ihm gelungen und er ist hoch auf eine 91. Und nachdem Leverkusen in den letzten Jahren immer im 8. Finale ausgeschieden ist, hat Cristiano Ronaldo entschieden zu einem absoluten Top-Klub zu wechseln und zwar Liverpool. Hier im Hintergrund sehen wir dann das absolut krasse Team von Liverpool und tatsächlich ist nicht mal Ronaldo der Starspieler, sondern der Jugendspieler Ori. Die Favoriten auf dem Ballon d'Or im 6. Jahr sind Moussa Diaby, Ori, Cristiano Ronaldo und Anthony. Und am Ende konnte Ori den Ballon d'Or-Titel für sich entscheiden. Hier im Hintergrund sehen wir dann noch das Team des Jahres und Cristiano Ronaldo hat es immerhin dort hineingeschafft. Der Titelkampf dieses Jahr war sehr, sehr, sehr spannend in der Premier League. Vier Teams waren im Rennen sehr lange und am Ende konnte Arsenal die Liga gewinnen. Liverpool hat es auf dem dritten Platz immerhin geschafft. Dafür war Liverpool im FA Cup erfolgreich. Dort konnte man im Finale 2-1 gegen Chelsea gewinnen. In der Champions League sah es auch sehr lange gut aus. Dort ist man bis ins Finale gekommen. Dort ist man dann aber ganz knapp gegen Dortmund gescheitert im Elfmeterschießen. Cristiano Ronaldo konnte in seiner ersten Premier League Saison überzeugen und zwar mit 27 Toren und 7 Torvorlagen. Und er ist weiterhin auf einer 91. Es geht in die letzte Saison dieser Karriere-Simulation für Cristiano Ronaldo und er bleibt weiterhin bei Liverpool. Hier sehen wir nochmal das Team von Liverpool, an dem sich auch nicht wirklich was verändert hat, nur dass sich ein paar Spieler verbessert haben. Die Favoriten auf dem Ballon d'Or im 7. Jahr sind Ori, Diaby, Ozyman und Lautaro Martinez. Und am Ende konnte Lautaro Martinez seinen ersten Ballon d'Or-Titel gewinnen. Die saßen natürlich dann auch im Team des Jahres vorhanden mit Ori und vielen weiteren Spielern von Barcelona, Leverkusen, Arsenal, Paris und so weiter. Am Ende der Saison ist Liverpool auf dem 4. Platz gelandet. An Manchester City war diesmal kein Vorbeikommen. Im FA Cup ist Liverpool leider schon früh rausgeflogen in Runde 3 gegen Nottingham Forest und am Ende konnte Arsenal den Pokal gewinnen. Liverpool hat es geschafft bis ins Champions League Finale zu kommen. Dort ist man dann aber leider gegen Paris Saint-Germain rausgeflogen oder gescheitert. Lasst gerne ein Abo da, um mitzubestimmen, welchen Spieler wir als nächstes machen sollen und schaut euch gerne jetzt auch noch die vergangenen Spielerkarrieren an.